hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen kleinen video heute nur ganz kurz will ich euch zeigen wie ihr selbstmord begehen könnt in daisy ich spiele hier gerade die experimental version aber ich denke das sollte auch dann in der 061 ohne probleme funktionieren gut als erstes müssen wir nur ein rack in die hand nehmen und dann ich mache es am besten beim liegen dann drücken wir die linke maustaste halten wir gedrückt dann drücken wir f11 und wenn er beginnt sich zu bewegen drücken wir g und die ganze zeit lassen wir die linke maustaste gedrückt also ich drücke jetzt f11 und jetzt gehe dann kurz warten und die linke maustaste immer gedrückt halten und das war's ja funktioniert ohne probleme ganz schnell ihr braucht nur rex dafür und ich hoffe ich konnte euch helfen bis zum nächsten mal